Hallo, heute habe ich mal ein Video für euch, das euch reine gute Laune bringen soll. Mehr nicht, denn es sind einfach nur Outtakes. Das sind Szenen, die ihr noch nie gesehen habt. Und die habe ich gefunden, als ich meine Festplatte jetzt aufgeräumt habe. Da sind Szenen dabei, die sind teilweise 5 Jahre alt. Weshalb es nicht nur lustig ist, wie ich mich da quäle vor der Kamera, sondern auch wie ich aussehe. Und ich bin super gespannt auf euer Feedback und würde einfach sagen, film ab. Fast alles runtergeschmissen, aber nur fast. Die 90er Jahre und ich habe eine Karte im Hals. Endlich vorbei. Ne, so drutschen. Zum einen wollte ich jetzt auch mal ein Aufgebraucht-Video machen. Also wenn man... Kombination mit Aussortiert und ich mache mir den Haargummi weg am Arm. Voll die Druckstelle jetzt. Hallo, heute dachte ich... Hallo. Und gleichzeitig habe ich... Gleichzeitig haben wollte ich sagen... Ach Gott, nochmal. So, das... Oder wie fange ich denn jetzt an? Und es ist einfach... Scheiße, wenn die Stimme weggeht. Scheiße. Ich dachte mir einfach, ich mache jetzt spontan mal etwas ganz Besonderes, auch für Fassnich... Fassnich... Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. War das gerade nett? Die flochen war eigentlich okay. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012. War das jetzt gut oder schlecht? Am Titel konnte ich es schon liebsten. Nach irgendwie gefühlten Ebene... Bläh, 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 bläh. Und... Aber... Ich habe den Faden verloren. Bläh, 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 bläh. Gibt es doch gar nicht. Und... Und Krotte im Hals. Furchtbar, 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 furchtbar. Einfach reingreifen, falls mir mal... Lust auf was Neues hat. Und ich mag zu dieser heißen Jahreszeit aber gerne lieber fruchtiger und erfrischender. Und deswegen mache ich heute zusammen mit euch Cake... Cake Pops. Nein. Ich mache Fruit Pops. Mann. Also... Wenn man schon so dumm anfängt. Und wenn dann dieses Video... Bläh, bläh, bläh. Ich habe mir was Besonderes für euch überlegt. Bläh, 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 bläh. Ne, das Faden war eindeutig besser. Das nehme ich einfach. So. Hi zusammen. Bläh, 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 bläh. Zusammen nehmen die Zähne auseinander. Arrrr. Hallo, ich habe heute... Zwei, was mich das fühlt ist? Geht gar nicht so mit zeigen. Bläh, 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 bläh. Bin ich über... Begriff der Leute. Zum ersten Mal selber aus wie wir... Boah, boah. Habe ich einen Sprachfehler heute. Scheiße. Und zwar habe ich da... Ja, hatte ich... Ne, ne, ne. Ja, ne. Ich tauche jetzt einfach nochmal auf. Mach mal auf der Stelle. Okay. Hi zusammen. Ich wollte gar kein Intro. Ich wollte ein Auto machen. Ich mache heute zusammen mit euch eine Frisur. Und zwar diese hier. Diese hier. Und ja, ich würde mich wie gesagt... Das wünsche ich euch... Oder möchte ich euch aber nicht... Ach, du... Bläh, 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 bläh. Äh, äh... Totenköpfchen. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ha, nochmal. Take 15. Ich möchte direkt anfangen... Bläh, 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 bläh. Bläh, bläh, bläh. Oder auch alleine ist schön, äh... Und ich habe mich sehr schön auf die nächste... sehr schön auf die nächste Folge gefreut. Da war es dann so... da habe ich auch noch einen kleinen... Stottel total... Stottel... Stotter... Wirklich abartig krasse Kaniode... Zusammen mit euch ist... Meine letzte SMS ging an die... Meine letzte SMS ging an die... Oh Gott... Mein letzter SMS ging an die... Ah... Ging an die... Das war... Nein... Okay... So und jetzt würde ich sagen... Ich mache es gerade nochmal... Scheiße... Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, dass ich mich getraut habe, euch diese Szenen zu zeigen, weil die sind teilweise schon etwas peinlich, auch wie ich aussehe teilweise. Ja und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne noch hier vorbeischauen, hier werde ich euch ein schönes Video raussuchen und hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren und ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!